Hallo Freunde, hier ist wieder der Sven von Outside Sege Funkland. Auto ist gepackt, Dachzelt ist drauf. Ich spiele jetzt mal einige Tage Dachzelt-Nomade, reise in Deutschland rum, schaue mir ein bisschen was an. Oh nichts geplant, macht es einfach nach Lust und Laune und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt dran. Musik So, jetzt bin ich hier an einem richtig geilen Spot, wie ihr seht, hinter mir angekommen. Hier bin ich beim Stefan. Da haben wir das letzte Mal voriges Jahr unter einem Packpacker-Community-Treffen gehalten. Und an diesem Spot bin ich wieder. Stefan, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Richtig, richtig cool. Richtig geiles Plätzl hier. Und ja, hier werde ich jetzt ein paar Tage verbringen. Und jetzt ist erstmal richtig Ruhe angesagt, runterkommen und einfach hier die geniale Aussicht. Genießen. Vom Wetter her alles richtig perfekt. Strahlend blauer Himmel mit ein paar Wolken, was richtig angenehm ist. Ja, richtig, richtig cool. Und jetzt mal das Bild bei meinem Audi. Okay, Ruhe und Land. Sonnenschutzdach nah gebastelt. Solarpanel ruhig auf dem Dach, um einfach alles zu laden. Ja, hier ist es richtig, richtig cool. Und das Ganze genießen wir richtig in vollen Zügen. Ja, hier ist es richtig. Ja, hier ist es richtig. Ich habe gar nicht mehr Flanchen geflogen. Ich habe gar nicht mehr depois! Ich habe gar nicht mehr Flanchen geflogen. Ich habe gar nicht mehr versucht das Laufherеру bekommen zu. Ich bin glasht. Ich bin glasht. Ich bin glasht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Guten Morgen! Eine wunderwunderschöne Nacht. Schien geschlafen, fügige Zwitscher, jetzt früh und Sonnenschein ruhen. Einfach perfekt. Ja, Freunde, so lässt sich leben. Musik 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 Sofretta. Das war jetzt mein erster Platz, wo ich war. Richtig, richtig cool. Mitten im Nichts. Ein wunderbarer Fischdeich. Audi ist wieder abreisebreit. Jetzt geht's zum nächsten Spot. Wohin weiß ich auch noch nicht genau, in der Nähe vom Brombachsee. Schau mal einfach mal. Okay, Freunde. Bis wieder. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Waldgebiet hier wirklich nichts ist und mein Dachzelt steht und jetzt gibt es noch ein wenig Anbrot und dann verziehe ich mich in mein Dachzelt und jetzt vor euch mal zeige ich euch meinen Baumstamm und ich weiß nicht wer ihr seht, es sei überall Waldgesichter wir brauchen viel Fantasie, vielleicht seht ihr es auch kleine Aufgabe für euch, ich sehe es auf alle Fälle und dann und dann und dann und 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 eine woche lang richtig richtig cool in bayern preist ein richtig geilen plätzen geschlafen schön natur schön mit der natur richtig richtig schön jetzt gibt es noch ein frühstück dann wird mein dachzelt und mein audi wieder ein bisschen eingeräumt und dann geht es wieder heim ins schieden Vogtland und ja dann ist mein urlaub schon fast zu ende ok freunde bis später und ich wünsche euch noch ein schön freilag ein schönes wochenende euch da draußen geht raus seid frei und bis zum nächsten video hörs wenn euer außeritsige Vogtland ciao ciao oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020